Kein Bußgeld mehr. Bremsen Sie rechtlich und juristische Blitzeangriffe auf. Keine Geldverschwendung. Wehren Sie die Schnellfahrstrafe ab. Neue rechtliche Abwehrmaßnahmen bei Radar- und Laserdetektoren für Autofahrer. Gibt es kein schmerzlicheres Dingen, als eine Strafe wegen Unachtsamkeit zu bekommen? Es ist nicht genug, dass Sie das Geld rauswerfen, aber selbst Ihren Führerschein in Gefahr sein könnte? Die Lösung ist angekommen und Sie müssen hierdurch kein Geld für unnötige Strafen ausgeben. Sie agieren beim Autofahren vorsichtig und rücksichtsvoll. Dennoch können Sie in einem Moment der Unachtsamkeit in eine dieser tückischen Radarfahrungen geraten. Schon schweben Sie in der Gefahr, im Extremfall Ihren Führerschein zu verlieren. Mit dem verblüffenden Know-how aus dem Ratgeber blitzen ohne Punkte, jedoch können Sie Ihren Kopf aus der Blitzerschlinge ziehen. Trotz Blitzerfoto rechtlich und juristisch legal.